übrigens übrigens du kannst dein ball design unter option und dann noch mal option ich meine meine eier kühlen kann ich nehm schon auf du nimmst du denn auf einer es wird die perfekteste folge einfach ich meine die hatte alles die hat die spannung die hatte diskrepanzen zwischen parteien zwischen parteien zwischen der spd und romanze hat sie auch romanze ja gewaltige ja stimmt die sind ja jetzt ein paar aber kann ich dir auch jedes mal das hat im prison schon angefangen jetzt schon wieder so leute damit willkommen zu einer neuen folge von golf ist ja mit dabei ist der mein king und der liebe man und der liebe hat so laut geschrien dass man mal unten nicht gehört ich bin das habe ich gemerkt also ich bin immer so laut überall ich bin laut komplett aufdrehen aber reinschreien ja aber jetzt gibt es richtig nicht so hart schlagen ja ich hab zu wollen also ich auch ich auch oh mein gott hole in two alter wir sind wie ein paar man wie ein paar die leute auch in grün unterwegs finde ich gut finde ich das ist der grinch ich habe ja von dir dann meine antwort mit in deiner aufnahme einmal um mein gott ich dachte schon urbano hat herz ich bin so gut diese runde das ist meine merkel wieder da rastet schon wieder aus boah tut mir leid mein magen ist echt angegangen weil sie aus dem dock raus geflogen ist weil ich da doch ein schreibtisch gebrauen habe ich auch noch nie gehört muss man das denn sehen ist eigentlich irgendwer schon drin ja ich habe wollen wollen geschlagen ja einfach krass ich weiß auch nicht warum nicht ich hab das nicht ich wollte eigentlich mit manu ein paar sein ja nein nein nichts gemacht aber ich sag trotzdem deinen namen ich habe ein schlag aus neuen schläge wie innerhalb einer runde der erste geworden ist was ein absolut ist hier bin ich funktioniert das physik hallo hey oh mein gott ich bin einfach klug das ist das mein gott was denn da wieso ist mein mit drei stalks am ziel ich bin aber besser als cool was oh mein gott oh mein gott warum hat das funktioniert wow wir waren die fakt oh lol danke wer das auch immer war gerade kurzzeitig so danke nil du bist echt nett du bist nicht nett manu oh synchron ach ist das ein scheißspiel nein oh alter ich dachte gerade ne oh mein gott als der hochgesprungen ist 19 20 21 und da kommt red 33 ich bin raus ich bin raus oh mein gott oh mein gott oh mein gott jawohl danke vielen dank dafür du ehrenboi alter du hast nicht richtig reingelenkt ich dachte jetzt muss ich noch alle reinschlagen oh mein gott schlag dich richtig hart nein schlag nicht hart das ist so dumm wer habe ich da mann alter ja ach nein was solltest du schaffst das janiel ja wenn der triff diese holzblock ja das ist aber klar aber jetzt aber das ist jetzt optimal ja ach nein alter digger mann alter was nein oh mein gott hole in one hole in one hole in one nein ich bin einfach ich hasse mein leben das ist auch ein geiler satz ich hasse mein leben nein hier oh ja danke auch kein ding digger gerne bitte bitte und du auch noch da geht das lange ein seid ihr alle alter nicht okay ach du scheiße norris noch one Eis auf oh mein gott wo bin ich ja rip ach komm man red was solltest denn hier runter ja nein oh das war ein bisschen zu stark jetzt das war der was oh mein gott ich bin einfach ich bin einfach so gut alter was zur hölle ach ich dachte die ganze zeit da wäre ein loch gewesen das ist mir bewusst ja ich weiß ich will mir den einfach wieder geben und jetzt kriege ich den wieder oder ich war das sehen wir gleich ne was ist das denn schon wieder oh das ist eine rampe ich bin blind ist das ding das ist also meine challenge um zu behindern um einfach zu schreien man muss man auch einfach mal loswerden ich bin ich bin weiter hinten als der hinterletzteste hinterwelle alter ich habe ich sollte es zurückschlagen hat du vorkommst ja ich bin vorne ey wiche jetzt kommt red wieder von der seite ne ne so wenn überhaupt von hinten aber der ist irgendwie zu weit hinten ne jetzt ist er weihnachtsmann ho 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 hä du kackst du kackst auch zu red ich glaube er ist pisst möh 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 ok einfach volle karte leute nein schlechte idee ich bin wieder da schlagt wirklich nicht zu fest das wird ungesund ne ähm ja weißt du was auch ein gesund wird nein bitte nicht nicht ich bin zu hause ganz wieder weg nope was wie geht das denn ach nein hallo kann ich jemanden pusten ah nir 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 oh god manu was machst du denn nir nir ja ich warte es hat nicht geklappt aber auch für mich ah nein das wäre so geil gewesen wenn wir jetzt auch gehalten hätten ach wieso haben wir nicht so komisch gemäst die ganze Zeit irgendwie die sind zu müde ach ne das ist nicht passiert neiii neiii ziel ist direkt vor uns also schlagen wir einfach vor ja wollte ich auch grad sagen mann 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 wenn man nicht so behindert wäre ja ja wenn man dich ja ja und ich treff einfach nicht oh mein gott panou rett na runtergefallen oh hi manu ja ja ach komm ich fiel alle fallen mir auf den kopf oh oh manu was was hab ich doch gesagt dass es klappt hey manu ist so gut 15 wie soll man denn hier ein hole in one schaffen man muss nicht immer ein hole in one schaffen können alter verdammt oh ich hab hast du das gesehen hier ja mach mal alles wieder gut gemacht oh dankeschön kein ding digga ich bleib gerne hängen für dich nein ich hab oh oh das ist aber nett ja ich hab dich geknutscht ich hab's gemämmt mit deinem Herzchen alter mann ich schlag einfach zu weich mann jetzt raste ich dann gleich aus bitte lass deinen Hut nicht an mir ok hä wieso roll ich zurück ja ich auch ich will zu dir oh 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 will ich aber nicht oh ach das ist doch so ne scheiße nie will chill lieber bei dem Loch hä welches Loch müssen wir nehmen ja ihr müsst das äh das nehmen was Manuel genommen hat was ja weil dann haben beide haben dann jeweils zwei Leute eingeloggt in ein Loch was ja man hat auch das andere nicht Loch ist Loch sag ich immer ja das dachte sich mein ich auch bei seinem Date alter ja das dachte sich mein ich auch bei seinem Date alter stark digga man kann nicht ganz geil werden ach das ist doch auch wieder so behindert ich bin so ein Profi alter mein ich komm zu dir oh ja finde ich gut BAM oh scheiße du warst zu langsam ach ne jetzt stecke ich in diesem Loch fest kannst du mir mal raushelfen äh ne das kann ich leider nicht war auch nicht das erstmal dass du das mal schießt ach ne he ah ne he aber egal vom Thema ja also wenn he das hält äh wie hab ich es hinbekommen mich aus dem Baumstamm wieder raus zu schießen ja ich find's lustig ich hab ein Paar wieder mit Manu ne Manu verkackt ja perfekte danke für das Statement was ist das Ziel äh was ist der ach okay ja was ist der Statement ne weise alte Manu wollte ein Zitat raushauen und dann einfach Sprachfehler ja Schlaganfall und dann war's vorbei 2x Error genau ich bin erster ähm Manu wo ist das Ziel hä auf der anderen Seite ach jetzt bei uns ja wie gilt das oh hi Neil oh Neil hat das Hass vor mich hä wie hast du das gemacht alter voll gegen die Wand gepfeffert und Stimmt kann mir damit helfen oh hat nicht so gut geklappt ja warte Manu ne kann ich nicht ja tut mir leid ach Neil man muss auch mal weis du oh man nein was was war das denn alter ich bin einfach gut ach Gott ach nein du hast mir schon acht Schläge what the fuck ach Neil was machst du die ganze Zeit soll ich mich auch ein bisschen mehr anstrengen ja wie ich das geschafft habe ich bin gegen die Wand und unten auf dem Boden und dann hoch wieder ins Loch rein was weiß ich nicht digga Leute er ist ja richtig und sagen ob das klappt ok es klappt ok alles klar ja ok nein ich hab letzte runter gefallen ok jetzt war auf mein King nur noch sieben Strokes das ob was ist das denn komm komm spring drüber ja ja nein oh what alter wie weit ich einfach geflogen bin wieso sind eigentlich Reden nicht so scheiße ne weis es nicht was laberst du denn von scheiße ich bin letzter in Reden eben genau das war äh was war das denn das war nicht ich doch das war's du ok komm es ist noch dreimal daneben ja das müsstest du machen tut mir leid es musste sein wieso also kein Druck aber wenn du jetzt noch einmal verkackst bist du hinter mir danke wenn du jetzt einlochst dann das wird den Double Gleichstand oh nein wow mit Erster oder kommt danach noch ne Runde ich weiß es nicht ja als ob was nein bitte nicht bitte nicht ja ich hab grad noch vor dir war oder nicht hä ich sollte mich doch rückgesetzt ich hasse das spiel das wäre wohl auch nicht oh wir haben nur in 2 ist druck zu viel mann an die Eier manu ist erster was oh ich hab nen Head bekommen ich 82 egal hä du hast nen Head bekommen wieso hab ich den nächste bekommen du bist letzter weil du kacke bist ja scheinbar so leidem das ist mit der Folge wer ist jetzt noch Server geläftet tut mir leid mein King zurück in die Lobby auf in die Lobby so leidem das ist mit der Folge ich hoffe ihr hattet schon zusehen lasst gern ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen schaut beim eigentlich nicht vorbei haut da rein tschau tschau wusstest du denn auch nicht es geht gut das hab ich gut das hab ich es geht gut das hab ich